Und was die Sicherheit im Land angeht, Herr Brez, eine Partei, die 2015 die Grenzen für jedermann geöffnet hat und die damit die Ursache ist, die Hauptursache dafür, dass wir täglich in Deutschland zwei Gruppenvergewaltigungen und stündlich Messerattacken haben, eine solche Partei hat in Sack und Asche zu gehen und hier keine frechen Fragen zu stellen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zukünftig werden wir in Brandenburg nachhaltiger Wirtschaften, Energiegewinnen und Landwirtschaft betreiben. Wir werden neue Wirtschaftsstrukturen ermöglichen. Wir schaffen die Bedingungen für gute Arbeitsplätze und bilden die Fachkräfte von morgen aus. Wir kämpfen mit vorsorgender und aktivierender Bildungs- und Sozialpolitik dafür, dass jedes einzelne Kind im Land seine Möglichkeiten in vollem Umfang ausschöpfen kann. Wir geben dem Leben auf dem Land neue Impulse und wollen alle Regionen an zeitgemäße Verkehrswege und Datennetze anschließen. Wir stärken unsere Polizei und setzen konsequent den freiheitlichen Rechtsstaat durch. Sehr geehrte Damen und Herren, das steht in der Präambel des Koalitionsvertrages von SPD, CDU und Grünen. Und nie, nie seit dem Vorherbst 1989 lagen Propaganda und Wirklichkeit weiter auseinander als heute. Heute nach viereinhalb Jahren Kenia, nach elf Jahren Ministerpräsident und 30 Jahren Landtagsabgeordneter Dr. Dietmar Woidke. Und allein diese Doppelrolle, Herr Woidke, ist ein Beweis Ihres fehlenden persönlichen Mutes. Kein Wunder, dass Ihre Koalition den Anforderungen der Zeit nicht gerecht wird. Sie verschleudern das über Generationen Angeschaffte und Aufgebaute und Sie verraten die 1989 errungenen politischen Freiheiten im Land. Und allein für das, was vorgestern in Cottbus Schnellwitz passierte, haben Sie, Herr Woidke, und Ihre ganze Koalition eine Abwahl am 22. September verdient. Wie die Versprechen der Kenia-Koalition und die Wirklichkeit in der Wirtschafts- und Finanzpolitik auseinanderfallen, das werden meine Kollegen Marianne Spring-Räumschüssel und Philipp Zeschmann darlegen. Aber einige grundsätzliche Anmerkungen hierzu möchte ich auch jetzt schon machen. Vermutlich hatten Sie bei Ihren Ankündigungen von nachhaltiger Wirtschaft, Energiegewinnung und neuen Wirtschaftsstrukturen die Elektromobilität und Tesla im Sinn. Und heute zeigt sich mehr denn je, dass Sie damit einfach auf Sand gebaut haben. Dass die Gigafactory am falschen Standort errichtet wurde, ist nicht die Schuld von Elon Musk, sondern die Schuld von Jörg Steinbach und Dietmar Woidke. Und Sie müssen sich den Bürgerentscheid gegen die Ausweitung des Betriebsgeländes zurechnen lassen. Und der angekündigte Abbau von tausenden Stellen bei Tesla zeigt, dass Ihr Vorzeigeprojekt nichts mit einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung zu tun hat. Überhaupt nichts. Alle Transformationsprojekte sind auf politischen Druck und auf Subventionen angewiesen. Druck und Steuergeld sind die einzigen Produktivkräfte, die Sie kennen. Und deshalb, Herr Woidke, deshalb führt Ihre Wirtschaftspolitik geradezu nach Oranienburg. Es gibt kein besseres Symbol für Ihre Erfolge, als eine Stadt, die 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg den Stromalarm ausruft, weil sie, Zitat, weitere Haushalte oder gar Unternehmen, Zitat Ende, nicht mehr versorgen kann. Sie behaupten, Herr Woidke, erneuerbare Energie sei die Zukunft, mag sein, wenn, dann eine schwarze. Sehr geehrte Damen und Herren, Transformation bedeutet Verarmung und Entmündigung der Bürger. Das wissen Sie alle. Und das weiß keiner besser als der Ministerpräsident Dietmar Woidke. Denn Dietmar Woidke spielt sich gerne auf in der Rolle des Landesvaters, der den Menschen eine Stimme gibt, die unter den Zumutungen leiden, die Ihnen die Ampelkoalition in Berlin und die Kenia-Koalition in Potsdam aufbürden. Aber, Herr Woidke, weil Sie zu den Hauptverursachern dieser Zumutungen gehören, wird es nicht besser werden, solange Sie Ministerpräsident sind. Ich lasse gerne eine Zwischenfrage zu. Eine Zwischenfrage von Herrn Abgeordneten Lüttmann an Mikrofon 3. Vielen Dank, Herr Dr. Berndt, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe eine Frage. Wissen Sie, dass die Probleme der Stromversorgung in Oranienburg zurückgehen auf das Missmanagement eines Geschäftsführers, den die AfD in Oranienburg bis zum Schluss getragen hat und dessen Vertrag die AfD gerne verlängert hätte, dass das die wahre Ursache sind für die Stromprobleme in Oranienburg? Ist Ihnen das bekannt? Nun, vor allem, Herr Lüttmann, kommen Sie wieder, beruhigen Sie sich wieder nach dieser sensationellen Zwischenfrage, die ja nun wirklich zu erwarten war. Vor allem ist mir bekannt, Herr Lüttmann, dass die SPD in Oranienburg ewig eine Regierung ist und dass die SPD im Land Brandenburg regiert. Vor allem ist mir bekannt, dass menschliches Versagen eine Konstante der Geschichte ist. Aber dass es einen Stromnotstand gibt, dass eine Stadt keine neuen Stromkunden mehr anschließen kann, Das können Sie nicht wegdiskutieren mit irgendwelchen Geschäftsführern oder irgendwelchen Mehrheiten der Stadtverordnetenversammlungen. Das ist Ausdruck Ihrer verfehlten Transformationspolitik. Das ist das Ergebnis Ihrer Energiewende. Und das werden Sie niemals wegdiskutieren können, Herr Lüttmann. Herr Woidke spielt sich gerne als Vertreter der Enterbten auf. Und ich sage noch einmal, es wird niemandem im Land besser gehen, solange dieser Mann Ministerpräsident ist. Und wie unwahr seine Behauptungen sind. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele dafür, wie unwahr das ist, was er uns in der vergangenen Legislaturperiode vorgeführt hat. Netzentgelt und Heizungshammer. 2018 freute sich der Ministerpräsident über die Beschlüsse des Bundes zur Angleichung der Netzentgelte. In einer Pressemitteilung teilte er mit, Brandenburg hat hierfür seit vielen Jahren mit lauter Stimme gekämpft. Im Jahr 2023 werden die Übertragungsnetzentgelte in Deutschland überall gleich sein. 2018. Sechs Jahre später freut sich Ministerpräsident Woidke erneut über die Netzentgelte. Nicht, weil die jetzt überall gleich wären, wie er vor sechs Jahren angekündigt hat, sondern weil jetzt Minister Habeck, weil jetzt auch Minister Habeck sich dafür ausspricht, gegen die Ungerechtigkeit der Netzentgelte vorzugehen, die uns ja seit Jahrzehnten besonders belasten. Und der Ministerpräsident Woidke ist mutig genug hinzuzufügen, ungerechte Netzentgelte müssen schnell verändert werden. Schnell verändert werden. 2024. Sechs Jahre nach 2018. Sechs Monate vor den neuen Wahlen. So viel zur Ernsthaftigkeit Ihrer Kritik an den Netzentgelten. Gestalten Sie nochmals, Herr Abgeordneter, gestalten Sie nochmals eine Zwischenfrage? Sehr gern, Herr Brez. Herr Abgeordneter Brez, ein Mikrofon sechs. Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Christoph Berndt, vielen Dank. Hans-Christoph Berndt, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wir konnten Sie, üben sich ja gerade darin, andere zu beschimpfen, andere mit Eigenschaften zu belegen. Und ich frage Sie ganz einfach, wir konnten ja gestern Nachrichten zur Kenntnis nehmen, die ja darauf zurückgehen, dass es im Umfeld von Mitarbeitern bei der AfD offenkundig Sicherheitsprobleme gibt. Deshalb meine Frage, mit welchen Sicherheitsproblemen haben wir zu rechnen, wenn Sie Verantwortung tragen sollten im Land Brandenburg, Herr Kollege Berndt. Sehr geehrter Herr Brez, ich danke Ihnen für diese Frage. Und es ist wirklich wunderbar, wie ausrechenbar Sie sind. Wie ausrechenbar Sie mit Ihren Zwischenfragen sind. Fast könnte man arg wöhnen, Sie hätten Checks von uns bekommen, Herr Brez. Aber ich dementiere, Herr Brez steht nicht auf unserer Gehaltsliste. Und was die Sicherheit im Land angeht, Herr Brez, eine Partei, die 2015 die Grenzen für jedermann geöffnet hat und die damit die Ursache ist, die Hauptursache dafür, dass wir täglich in Deutschland zwei Gruppenvergewaltigungen und stündlich Messerattacken haben, eine solche Partei hat in Sack und Asche zu gehen und hier keine frechen Fragen zu stellen. Ich sprach von Herrn Woidkes, Doppelzüngigkeit in Punkt und Netz entgelten, aber das Meisterstück in Sachen Wählertäuschung lieferte er beim Heizungssommer. Noch im August 2023 sagten Sie, Herr Wolke, ich zitiere, wenn in einem Gesetzentwurf jede soziale Komponente fehlt und Oma Frieder denken muss, sie müsse nun eine Wärmepumpe in ihr 80 Jahre altes Haus einbauen lassen und ihm zusätzlich noch eine Werbedämmung verpassen und dafür insgesamt 150.000 Euro zahlen, dann ist das verheerend. Zitat Ende. Und Herr Redmann, Koalitionspartner CDU, sekundierte, das Gesetz sei, Zitat, richtig schlecht gemacht. Das sagten Sie. Und was taten Sie? Im Bundesrat enthielten Sie sich der Stimme und halfen damit, dass dieses Gesetz in Kraft treten konnte. Hätten Sie es mit Ihrer Kritik ein wenig ernst gemeint, dann hätten Sie sich Bayern anschließen können. Sie hätten darauf dringen können, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Und Sie, Herr Woidke, Sie hätten Ihrem Parteifreund, dem Bundeskanzler Scholz, klar machen können, dass Sie zur Not die Koalition in Brandenburg mit den Grünen aufkündigen, wenn dieses Gesetz durchkommt. Und ich wette, dieses Gesetz wäre nicht beschlossen. Sie haben nichts davon getan. Es war Ihnen einfach nicht ernst damit. Das war die pure Wählertäuschung, die pure Rosttäuscherei. Und nicht besser als mit Ihrer Wirtschafts- und Energiepolitik steht es um Ihre Bildungspolitik. Und dazu wird sich nachfolgend Dennis Hohloch äußern, den der liebe Gott schuf, um diese Koalition zu strafen. Und unentwegt und unentwegt an die Schande zu erinnern, dass beinahe die Hälfte der Schüler in Brandenburg nicht lesen, schreiben und rechnen lernt. Und es spricht übrigens für Panik in der Kenia-Koalition, es spricht für Panik in der Koalition, dass ausgerechnet Herr Woidke, der ja nun erwiesenermaßen nichts mit Bildung und Wissenschaft im Sinn hat, morgen zur Hochschulmedizin in Cottbus hier ans Pult treten wird. Sehr geehrte Damen und Herren, ich könnte noch Stunden über falsche Versprechungen und die Unaufrichtigkeit in dieser Koalition reden. Stichworte Brandenburg-Paket, Bezahlkarte oder etwa der Post von Jan Redmann W.K. vom 11. April 2024. Ich zitiere, weil er es wert ist. Die Erfahrung in Bayern zeigt, intensive Kontrollen in der Grenzregion sind ein wirksames Mittel gegen Schlepper, Schleuser und Schmuggler. Deshalb braucht Brandenburg eine märkische Grenzpolizei. Zitat Ende. Das schreibt, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Zuhörer, das schreibt der Fraktionsvorsitzende der Koalitionsfraktion CDU, die in den letzten viereinhalb Jahren und darüber hinaus ausnahmslos alle unsere Anträge zur Grenzsicherung und zur Sachleistung statt Bargeld abgelehnt hat. Herr Redmann, ich hoffe, Sie schämen sich wenigstens heimlich für diese Frage. Herr Abgeordnete, gestatten Sie nochmals eine Zwischenfrage? Ja, Herr Abgeordnete. Recht, recht gern, Herr Stohn. Herr Abgeordnete Stohn, bitte ein Mikrofon drei. Vielen Dank, Herr Berndt. Sie haben gerade gesagt, dass Herr Woidke nichts mit Wissenschaft am Hut hat. Wie erklären Sie denn, bitteschön, dass in der Regierungszeit von Dietmar Woidke eine Hochschultreppe eingeführt wird, die die Grundfinanzierung jedes Jahr um 5 Millionen erhöht hat? Wie erklären Sie sich, dass wir die IMAB fördern, dass wir einen neuen Zahnmedizinstudiengang haben, dass wir, worüber wir morgen diskutieren werden, danke für den Antisern, eine Unimedizin in die Lausitz bringen, die Transformation daran voranbringen, für die Lausitz, für die Brandenburgerin den Ärztemangel klären und dafür 1,8 Milliarden Euro sowohl vom Bund als auch vom Land in die Hand nehmen? Ich glaube, das ist eine ganz große Leistung. Wie erklären Sie das? Danke. Bitteschön. Vielen Dank für diese kurze Intervention in Form einer Zwischenfrage, Herr Stohn. Also, erst mal halte ich fest, Brandenburg ist bekanntermaßen seit Jahren und Jahrzehnten Schlusslicht in der Bildungspolitik. Und seit Jahren und Jahrzehnten sitzt dieser Mann auf der Regierungsbank. Und er gibt die Richtlinie der Politik vor und er ist der Hauptverantwortliche für die Bildungsmisere in Brandenburg. Was die Hochschullandschaft angeht, Herr Stohn, dazu werde ich morgen Stellung nehmen, Da werde ich aus dem Wissenschaftsrat zitieren, der einige interessante Anmerkungen zur Hochschulpolitik in Brandenburg gemacht hat. Die können Sie sich auch noch ins Stammbuch schreiben lassen. Sie sind ja derzeit Vorsitzender vom Ausschuss für Wissenschaft und Forschung amtierender Ausschussvorsitzender. In Wirklichkeit stünde dieser Ausschuss der AfD zu und dann würde es wahrscheinlich um die Wissenschaft besser stehen in Brandenburg. Ich wollte gerade sagen, Herr Stohn, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade ausführen, dass in puncto Wahrnehmungsstörungen die Grünen uneinholbar vorne sind. Ich zweifle mittlerweile daran, wenn ich Sie höre. Aber auf alle Fälle ist die Redmann-CDU auf Augenhöhe mit der Woidke-SPD, mit dem Herrn Ministerpräsidenten Woidke, der von einer liberalen Linie der Corona-Politik sprach. Eine liberale Linie. Alte mussten in Einsamkeit sterben. Kinder mussten zehn Stunden am Tag Masken tragen. Berufstätige mussten in der Kälte anstehen für sinnlose Corona-Tests. In Wandlitz ist bei einem Polizeieinsatz ein Corona-Demonstrant ums Leben gekommen. Ungeimpfte wurden diskriminiert und die Impfschäden wurden systematisch vertuscht. Wenn man dann, Herr Woidke, von einer liberalen Linie spricht, dann hat man eine Überdosis Diktaturindus, und zwar eine kräftige Überdosis. Und deshalb, vermutlich, Herr Woidke, vermutlich, weil das so ist, halten Sie sich und Ihre SPD auch für eine politische Kraft vor, der die AfD zittert und regelrecht Angst hat, wie Sie vor zehn Tagen auf Ihrem Parteizag halluzinierten, Herr Woidke, halluzinierten. Aber so ist das halt. So ist das, wenn man in der kleinen DDR bald länger an der Macht ist als Erich Honecker und Inflation, Wohnungsmangel, Bürokratie, unzuverlässige Bahn und Migrantengewalt nicht als Nöte wahrnimmt. Herr Woidke, Sie nehmen all das nicht mehr als Not wahr. Sie haben sich der Wirklichkeit allzu weit entfernt. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Koalition hat ein Ziel, Brandenburg zur Gewinnerregion im 21. Jahrhundert zu machen. Das ist der Anspruch, den wir haben, und das ist der Anspruch, den ich habe. Wo kommt es her? Aus der Regierungserklärung vom Dezember 2019. Und man könnte lachen, man könnte lachen, wenn Sie nicht so viel Schaden angerichtet hätten. Auch Sie, Herr Brez, als parlamentarisch Geschäftsführer der Koalitionsfraktion CDU, haben immensen Schaden in Brandenburg angerichtet. Und ich möchte wissen, mit welcher Zwischenfrage Sie das vertuschen wollen. Herr Abgeordnete, die Zwischenfragen lassen Sie zu. Und ich rufe Herrn Brez auf ein Mikrofon sechs. Herr Dr. Bernd, ich würde gerne noch mal nachfragen, weil Sie auch wieder nur über andere sprechen und deshalb wenig über sich sagen. Ich habe mal so ein paar Zitate von Kollegen der AfD und wollte sie einfach mal wissen, wie Sie dazu stehen, um den Test anzulegen, wie Sie denn mit Ihren eigenen Aussagen umgehen. Ich zitiere mal der Reihe nach. Unter anderem sagten AfD-Politiker, Bescheidenheit bei der Entsorgung von Personen ist unangebracht. Zitat Ende. Weiterhin sagten AfD-Politiker, Homosexuelle ins Gefängnis. Fragezeichen. Das sollten wir in Deutschland auch machen. Ausrufezeichen. Nächstes Zitat. Ich würde niemanden verurteilen, der ein bewohntes Asylbewerberheim anzündet. Ausrufezeichen. Ich zitiere weiter. Herr Brez, sprechen Sie mal zur Sache. Und aufräumen. Ich zitiere nur, was Kollegen Ihrer Partei sagen, um Sie zu fragen, Herr Kollege Bernd, wie Sie dazu stehen, weil Sie anderen hier auch nur Vorwürfe machen. Deshalb meine Frage. Ich zitiere weiter. Drecksack Antifa-Kindern bekiffter Eltern gehört eine verpasst und Sie in den Dreck geworfen. Ihnen gehört gedroht, dass Sie das nächste Mal unter der Erde liegen. Ausrufezeichen. Es wird jetzt ein bisschen viel, was ich, Herr Dr. Bernd, merken müsste, um auf alles zu reagieren. Ich schließe ab, Herr Dr. Bernd. Sind das Zitate von Mitgliedern Ihrer Partei, die sich AfD nennt? Und stehen Sie allen Ernstes dafür, dass Sie das als Alternative bezeichnen zu dem, was Sie hier kritisieren? Das ist meine Frage, Herr Kollege Bernd. Bitte schön. Herr Brez, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Brez, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema dieser aktuellen Stunde ist viereinhalb Jahre Kenia. Nach meiner Kenntnis ist die AfD nicht Bestandteil der Kenia-Koalition. Vielleicht haben Sie anderes Wissen, Herr Brez. Und im Übrigen müssen Sie, Herr Brez, enorm verzweifelt sein. Und Sie in der Koalition müssen ja enorm verzweifelt sein, wenn Sie keine Argumente haben, das von mir aufgezeigte eklatante Versagen Ihrer Politik in allen Bildungsfeldern zu rechtfertigen. Und wenn Sie stattdessen versuchen, mit irgendwelchen Zitaten, die irgendwoher kommen, von irgendjemandem kommen, uns irgendwas am Zeuge flicken zu können, das ist primitiv, das ist schändlich. Und das spricht für die mangelnde Qualität Ihrer Arbeit, Herr Brez. Geben Sie mir die Zitate, zeigen Sie, woher Sie kommen. Ich sage Ihnen, es wäre ein leichtes für jeden von uns, zusammenhanglose Sätze aus jeder Partei zusammenzustellen, die ein schlechtes Bild machen. Das ist völlig aussagelos. Und es ist das Fehlen Ihrer Argumente, Herr Brez, dass Sie auf diese Art und Weise hier nur einmal mehr deutlich gemacht haben. Ich hoffe, Sie haben bessere Interventionen vorbereitet als diese Versatzstücke, die nur zeigen, wie arm Sie denn doch in der Argumentation sind. Herr Brez, Sie können sich gleich auch mal mit der Frage melden. Ich war bei der Gewinnerregion. Sie wollten aus Brandenburg eine Gewinnerregion machen. Das war Ihr Anspruch als Koalition. Das war insbesondere der Anspruch des Ministerpräsidenten Beut. Und ich sage, man könnte lachen, wenn Sie nicht so viel Schaden angerichtet hatten. Es liegen Welten zwischen Ihren Ansprüchen und der Wirklichkeit. Und weder Corona noch der Krieg in der Ukraine sind eine Rechtfertigung dafür. Denn Ihre Politik hat aus beidem erst die Notlage gemacht. Sehr geehrte Damen und Herren, und weil das so ist, ist die große Mehrheit der Menschen Verlierer, Verlierer ihrer Politik. Nicht Gewinner, sondern Verlierer. Und die Gewinner, auch die gibt es, die sind überschaubar. Gewinner sind die mit dem Zauberwort Asyl und mit Bürgergeld herbeigeschleppten und angelockten Wirtschaftsmigranten und Ukraine-Flüchtlinge. Es sind die Skrupellosen, die sich mit Corona-Tests an Millionen bereichern konnten. Es sind diejenigen, die Wald und Felder für Äcker und Windräder opfern. Es sind die korrupten Geschäftspartner des Landrats Ralf Reichhardt im Ostprägnitz-Rupin. Es sind Staatssekretärin Frau Dr. Töpfer. Es sind Frau Polizeibeauftragte Gossmann-Rez. Es ist der Herr Rechnungshofpräsident in Spee-Kümmel, SPD, SPD, CDU. Es ist das antideutsche Staatsfeld Ihrer Staatsparteien. Es ist der Verfassungsschutz, den Sie zur Gesinnungspolizei machen und wie keine zweite Behörde ausgebaut haben. Sehr geehrte Damen und Herren, das sind die Gewinner. Aber Brandenburg geht es schlechter. Brandenburg könnte es besser gehen, viel besser. Wären Sie unseren Anträgen gefolgt, dann wäre das Land sicherer, die Energiepreise wären niedriger, Kinder könnten lesen und schreiben, die Grenzen wären geschützt, Abschiebungen gäbe es nicht nur in den Sonntagsreden der CDU. Und die Bürger könnten frei und ohne Bevormundung durch den Verfassungsschutz ihre Wahlentscheidung treffen. Sie haben, das ist das Fazit von viereinhalb Jahren Kenia, Sie haben, und das in Rekordtempo, das Land schlechter gemacht. Das Fazit Ihrer Politik ist schlicht, Kenia gehört nicht nach Brandenburg, diese Koalition gehört abgewählt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.